Für Unternehmen aller Branchen ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für ihre Mitarbeiter ein wichtiger Aspekt. Es ist ein großer Unterschied, ob ein Unternehmen behauptet, familienfreundlich zu sein oder es auch tatsächlich im Sinne der Mitarbeiter handelt. Dabei gibt es viele wirksame Maßnahmen, die jedes Unternehmen zur Steigerung der allgemeinen Familienfreundlichkeit machen kann. Andere Maßnahmen sind wiederum von Branche, Berufszweig, Arbeitsumfeld und Unternehmen abhängig. Branchenspezifische lange oder unregelmäßige Arbeitszeiten, lange Anfahrtswege, Außendienst, Wochenendarbeit sind nur einige Beispiele, wie die Arbeit den Alltag in unregelmäßige Bahnen führen kann. Solche Umstände erschweren die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sehr. Viele Unternehmen und Arbeitgeber sind sich dessen bewusst und haben Regelungen eingeführt, um ihren Mitarbeitern die Balance zwischen Job und Privatleben zu erleichtern. Familienfreundlichkeit ist zudem ein wesentlicher Erfolgsfaktor zur Mitarbeitergewinnung. Familienfreundlichkeit ist zudem ein подготов Matthias Caustier. Erfolgsfaktor unter Wagner drnem